Der wunderbare Sadhu Eine Erzählung von Alexander Moseler über die Begegnung mit einem heiligen Mann Indiens Gelesen vom Autor Johann nahm sich von seiner Arbeit als technischer Zeichner eine Auszeit von etwa einem halben Jahr, um eine ersehnte Indienreise, die er lange vorbereitete, anzutreten. Fast 20 Jahre hat er Dampfkessel konstruiert, die in alle Herren Länder ausgeliefert wurden. Perfektion und Erfolg hatte sich Johann auf die Fahnen geschrieben. Nun kam für den Junggesellen endlich die Zeit, in der er ein unbekanntes Land und dessen Kultur erforschen konnte. Entspannung mit eingeplant Johann erhoffte sich viel, denn sein Beruf brachte nicht nur Erfolg und ein gutes Einkommen mit sich, sondern auch viel Stress. Er wollte einfach mal weg und hoffte insgeheim, eine nette und hübsche Inderin als seine zukünftige zu finden. Seine jahrelangen Bemühungen in dieser Hinsicht waren schlichtweg katastrophal. Nachdem Johann in Neu-Delhi ankam, blieb er erst einmal zwei Wochen dort und erkundete die Hauptstadt. Dann reiste er durch das ganze Land. Kalkutta, Hyderabad, Bangalore, Mumbai. Die uralten Hindu-Tempel in Südindien, die meistens nicht auf dem Reiseplan der Touristen stehen, haben ihn besonders beeindruckt. Mehr als das berühmte Taj Mahal. Allein schon die Architektur dieser alten Tempel ist bemerkenswert. Besonders faszinierte ihn der große Kailasa-Tempel von Elora, der vor 1300 Jahren aus einem einzigen Fels gehauen wurde und bis heute seinesgleichen sucht. Er ist dem Gott Shiva geweiht. Der Tempel verdankt seinen Namen dem heiligen Bert Kailash im Himalaya, der nämlich als Sitz Shivas gilt. Dann wollte er sich die heilige Stadt Varanasi, die am heiligen Fluss Ganges liegt, ansehen, von der er viel gehört hat. Der Ganges, der auch Mutter Ganga genannt wird, reinigt nicht nur alles, was mit ihm in Berührung kommt. Er symbolisiert auch die wahre Selbsterkenntnis, die schwer für viele Menschen zu verstehen ist. Johann war so klug, dass er vor seiner langen Reise viel über Indien und den Hinduismus gelesen hat. Vor seinem Hotel aus unternahm er einige Tagestouren und zuweilen ging er alleine in die Stadt und wanderte durch die umliegende Landschaft. In Varanasi beobachtete er die Bestattungsrituale, bei denen die Toten verbrannt und ihre Asche in den Ganges gestreut werden. Er besuchte auch die zahlreichen Tempel und wohnte den Pujas bei. Das sind hinduistische Rituale zur Verehrung eines Gottes oder einer Göttin. Eines Tages wanderte er durch ein einsames Waldstück. Dort waren keine Menschen zu sehen und kein Lärm war zu hören. Diese Ruhe war ein echter Genuss und Johann ließ es sich nicht nehmen, einen Nachmittag dort zu verbringen. Im Schatten eines Baumes ließ er sich nieder, aß zwei mitgebrachte Butterbrote und schlief ein. Nach etwa einer Stunde wachte er wieder auf und wollte energiegeladen wieder in sein Hotel zurückkehren. Doch gegenüber entdeckte er einen Mann, der unter einem anderen Baum, einem Feigenbaum saß und offensichtlich meditierte. Es war ein Satu. Dieser trug nur einen Ländenschurz. Seine langen Asketenhaare waren schwarz, lang, verfilzt und zu einer Haarkrone aufgebunden. Sein brauner Körper war von Kopf bis zu den Füßen mit weißer Asche eingerieben. Um den Hals trug er mehrere Rudrakshamalas mit jeweils verschiedenen großen Perlen. Eine hielt er in der Hand und murmelte ein Mantra, während er die 108 Perlen abzählte. Johann musste den Satu ansprechen. Er konnte es nicht lassen, da er erwartete, von jenem einige Ratschläge für sein eigenes Leben zu bekommen. »Namaskar, heiliger Mann«, sprach er ihn auf Englisch an. »Ich heiße Johann und bin glücklich, Ihnen hier zu begegnen. Schon seit drei Monaten bin ich in Indien, habe viel gesehen und würde wissen, ob Sie mir in ein paar Angelegenheiten meines Lebens helfen könnten.« Der Sadu rührte sich nicht. Dann versuchte Johann es auf Hindi, doch der Sadu schaute ihn nicht einmal an. Entweder war er wie versteinert oder er verstand ihn einfach nicht. Nach einer Weile ging Johann enttäuscht hinfort und kehrte in sein Hotel zurück. Dort erzählte er dem Hotelier von dem Sadu im Wald. »Oh, dieser Sadu ist ein wahrhaft heiliger Mann. Viele Leute kennen ihn und hören seinen Lehren zu. Lassen Sie sich Zeit mit ihm, haben Sie große Geduld. Und er spricht Englisch, denn er lehrte früher in der Schule. »Gehen Sie ruhig wieder zu ihm hin«, bekam Johann von Hotelier erklärt. Am nächsten Tag war Johann wieder bei dem Sadu. Nur dieser sprach weder ein Wort, noch schaute er seinen Besucher an. Johann setzte sich wieder unter demselben Baum wie am Tag zuvor und beobachtete den Sadu. Ihm fiel auf, dass der heilige Mann seine Position nie wechselte. Ihm war es anscheinend egal, ob er im Schatten oder in der Sonne saß. Da hatte Johann eine Idee. Er entledigte sich seiner Kleider und saß dem Sadu nur noch in seinen Boxershorts gegenüber. Er wollte ihm gleich tun. Kurze Zeit später würdigte der Sadu ihm mit einem kurzen Blick, der Johann wie ein Blitz durch Mark und Bein ging. Die Augen des Sadus schienen zu funkeln, zu brennen und ihn regelrecht zu durchbohren. Doch dann schloss er wieder seine Augen und murmelte stundenlang sein Mantra, ohne Johann wieder zu beachten. So ging es jeden Tag der ganzen Woche. Nach neun Tagen war Johanns Haut schon bräunlich und er überlegte, was er gegen das Sonnenlicht tun könne, ohne seine Kleider anzuziehen. Schließlich nahm er trockene Erde und rieb sich damit ein. Der Sadu blickte ihn diesmal nicht nur an, er machte eine Geste mit seinem Haupt. Er nickte einmal, wobei ihm ein Hauch von einem Lächeln über die Lippen kam. So ging es wieder die nächsten neun Tage. Als Johann wieder den heiligen Mann besuchte, saß dieser unter einem nahegelegenen Mangobaum und reckte seinen linken Arm zur Seite mit der Handfläche nach oben. So verharrte er drei Stunden in völliger Ruhe und Bewegungslosigkeit dort. Das Antlitz des Sadu strahlte aber, wie die Tage zuvor, eine erhabene Würde aus. Schließlich fiel eine Mango in dessen linke Hand. Völlig unerwartet sprach der Sadu Johann an. So und nicht anders musst du leben. Ganz verdutzt entgegnete Johann. Was meinst du damit? Nun, du möchtest von mir lernen? Ja, Sadu, ganz gewiss. So höre mir zu. Du bist wie jene, die auf die Äste eines Baumes klettern, um die vielen Früchte zu ernten. Doch es ist gefährlich, da man leicht herunterfallen und sich wehtun kann. Zudem könnte es sein, dass man eine unreife Frucht pflückt. Dann hat man keinen Gefallen an ihr. Zum anderen gehörst du zu jenen, die schon herabgefallene Früchte auflesen. Früchte, die schon faul sein könnten oder von anderen Tieren angefressen sind. An diesen Früchten wird man ebenso keinen Gefallen finden. Streckst du aber deine Hand einfach nur aus, so geschieht es, dass dir die schmackhafteste Frucht in die Hand fällt. Fällt keine Frucht dieses Baumes, egal unter welchem Ast du sitzt herunter, so setze dich unter einem anderen Mangobaum. Setzt du dich aber unter keinem Baum, so ist es, als ob du Gott und dir selbst nicht vertraust. Johann schaute den weisen Mann fassungslos an. Er verstand, worauf der Sadu hinaus wollte. Ja, Johann blickte immer in die Zukunft, wollte immer nur Karriere, Geld, eine bessere Position in der Firma und eine Familie, die er bis heute nicht gründen konnte. Und er hielt zu sehr an die Vergangenheit fest, die ihm trotz Erfolgen keinen Halt bot und ihm wie Sand zwischen den Fingern zerrann. Augenblicklich weinte Johann und hielt sein Gesicht mit seinen Händen bedeckt. Ihm wurde nämlich gewahr, dass er gar nicht in der Gegenwart lebt und die besten Möglichkeiten, die ihm in den Schoß fielen, nie ergriff, da er immer falsche Vorstellungen hatte. Nun erhob sich der Sadu, ging zu Johann und gab ihm eine Mango. Wenn du das Glück gefunden hast, musst du es teilen. So werden viele Menschen glücklich. Johann und der Sadu saßen bis nach Sonnenuntergang nebeneinander unter einem Baum und unterhielten sich über jene Dinge, die Johann bedrückten. Der Sadu erklärte ihm auch, warum er nie dem Schatten unter dem Baum hinterherjagt. Dieser Schatten sind wie die Dinge, die kommen und gehen, gute und schlechte. Wir müssen die guten Dinge hinnehmen und dankbar sein und lernen auch die schlechten Dinge zu ertragen. Aber wir dürfen all diesen Dingen nicht anhaften und auch nicht nachtrauern. Wenn wir es täten, so ist es, als wären wir ewig im Dunkel der Nacht eingehüllt. Es ist aber wichtig, dass wir uns bewusst werden, welches Licht wir im Innern tragen. Dort gibt es immer Licht. Zu jeder Zeit sei diese gut oder schlecht. Du bist das Licht. Johann, das musst du verstehen. Dein Atman, also deine Seele, ist wie Licht und mit Brahman, also Gott, eins. Eine unzertrennliche Einheit. Johann, der von Sadus Rede tief berührt war, fragte, »Wenn ich dieses Bewusstsein erlange, so habe ich Moksha, also Befreiung von allem Leiden erreicht.« Der Sadu nickte und lächelte. Johann, du hast alles in deiner Hand. Du darfst keine Familie wollen. Nichts darfst du wollen. Lass diesen Gedanken einfach los. Loslassen. Nicht fallen lassen. Die Familie wird dir eines Tages als Geschenk zuteil, genauso wie die Mango, die mir in die Hand gefallen ist. Sei nie verzagt. Nimm alles, was dir widerfährt, als Geschenk an. In den nächsten Wochen vor Johanns Heimreise lernte er vom Sadu vieles über dessen Glauben, während er lehrte. Er wohnte seinen Lehrreden zusammen mit anderen Menschen bei, die ihn um Rat fragten. Und für jeden seiner Besucher hatte er eine andere Methode, um ihre Probleme zu lösen oder Fragen zu beantworten. Als Johann, dem heiligen Mann, fragte, ob er denn auf Foren in anderen Ländern seine Lehrreden halten wolle, antwortete der Sadu, »Alles, was ich lehre, ist bereits vor tausenden Jahren gelehrt und aufgeschrieben worden. Alles, was ich lehre, findet ein jeder in seinem Herzen. Einzig und allein muss der Mensch sich dessen bewusst werden und sich endlich selbst erkennen. Mein Streben ist nicht das Streben nach weltlichem Reichtum, Erfolg und Glück. Sie sind immer von kurzer Dauer und somit vergänglich. Würden diese berühmten Gurus, die vor Millionen Menschen ihre Reden halten, das lehren, was ich lehre, so würde sie niemand mehr einladen wollen und ihre Lehren nicht mehr in Büchern verbreiten, mit deren Verkauf jene Gurus viel Vermögen anhäufen. Denn ich lehre Armut, Bescheidenheit, Demut, Geduld, Achtsamkeit, Enthaltsamkeit, allumfassendes Mitgefühl und allumfassende Liebe zu allen fühlenden Lebewesen. Ich lehre das Bewusstsein vom Selbst, das Bewusstsein von Atman und Brahman. Ich lehre vom ungeborenen und unsterblichen Atman, von der höchsten Freude und Glück im Selbst und im Gott. Ich lehre vom transzendenten, immanenten, unwandelbaren, absoluten Brahman. Er, das Licht des Lichts, der Urgrund allen Seins, ohne Anfang und ohne Ende, die höchste Glückseligkeit, wohnt in jedem Herzen. Brahman ist eins mit dem Menschen. Brahman, das bist du. Wunderbarer Sadhu, was kann ich noch von dir lernen? Ich lehre dich die Meditation, die dich tiefer in dein Herz und zu aller Wahrheit, Erkenntnis, Weisheit und zur höchsten Glückseligkeit führt. Du musst dir bewusst werden, dass du nicht dein Körper bist. Dein Körper gehört deiner Seele nur für kurze Zeit. Du bist ganz Seele, eine ungeborene und nie sterbende Seele. Werde ich durch diese Meditation bessere Ergebnisse in meiner Arbeit erlangen? fragte Johann naiv. Ach, 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 sprach der Sadhu lachend, was will deine Generation von uns Satus nur? Unsere Lehren sind nicht dazu da, um die Arbeitskraft zu potenzieren und die Produktivität einer Firma zu steigern. Benutzt und verfälscht unsere Lehren nicht für euren Egoismus und eure Geltungs- und Karriere-Sucht. Viele von euch verehren Gurus und Erleuchtete, die gar keine Gurus und Erleuchtete sind. Sie verfälschen unsere Lehren, bekommen viel Geld dafür und können sich ein Leben in Luxus erlauben. Wenn du so denkst, Johann, wirst du nie und nimmer das Leiden überwinden, nie und nimmer Erlösung finden, nie und nimmer das ewige Glück finden, nie und nimmer deinen Atman erkennen, nie und nimmer zu Brahman finden. Johann verstand nun, dass vieles, was in den westlichen Ländern über Meditation und auch Yoga gelehrt wird, schlicht und ergreifend falsch war. Wenn überhaupt, dann ist davon nur ein Bruchteil wahr. Oh, Sadhu, bitte verzeih mir meine Einfältigkeit. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Sogleich kramte Johann aus seinem Rucksack sein Portemonnaie hervor. Hier sind dreißigtausend indische Ruppien. Für dich, heiliger Mann. Johann, hast du ein Streichholz bei dir? Oh nein, das Geld wirst du nicht verbrennen. Der Sadhu lachte und sprach. Verteil das Geld an jene, die es nun wirklich brauchen. Ich nehme nichts für meine Lehren und für mich selbst an. Alles, was ich brauche, habe ich bereits. Ich bin glücklich, weil das Glück in mir wohnt und ich das Glück bin. Identifiziere dich nicht mit diesem Geld oder mit sonstigen materiellen Dingen, denn sie sind nichts. Du aber bist kleiner als das Kleinste und größer als das Größte. Du stirbst nie, mein Freund, und brauchst dir auch nie wieder Sorgen zu machen, wenn du meine Lehren begriffen hast und nach diesen handelst. Brahman, das bist du. Vergiss das nicht. Johann arbeitete nach seiner Indienreise die nächsten Jahre hart an seiner Sichtweise, ließ sich die Lehren des wunderbaren Sadhus durch den Kopf gehen und studierte hinduistische Schriften. Durch seine neue Einstellung zu allem und durch Meditation fühlte er sich tatsächlich mit voranschreitender Zeit glücklicher und zufriedener als jemals zuvor. Dies zeigte Wirkung. Und nach einem Jahr fand er auch seine zukünftige Frau, mit der er eine kleine Familie gründen konnte, die harmonisch zusammenlebte. Als seine Tochter nun selbstständig wurde und mit 27 Jahren nach ihrem Studium der Medizin heiratete, beschloss Johann wieder nach Indien zu gehen. Diesmal für immer. Dort suchte er seinen Sadhu von seiner ersten Indienreise auf, dessen Haar und Bar ganz weiß geworden waren. Weiß wie Schnee. Noch immer saß der heilige Mann unter seinem Baum und lehrte. Johann wurde sein Schüler und selbst zu einem angesehenen Sadhu, der lehrte und dessen Ziel Moksha also die Befreiung war. Jedes Jahr wurde er von seiner Frau und seiner Tochter besucht. Sie hegten keinen Groll gegen Johann. Im Gegenteil, sie waren sogar voller Freude für ihn. In Indien ist es teilweise üblich, dass sowohl Männer als auch Frauen diesen Weg wählen, wenn sie ihre weltlichen Aufgaben erfüllt sehen. Kurz bevor Johann starb, konnte er noch seinen kleinen Enkel in den Arm nehmen, was ihn mit übergroßer Dankbarkeit erfüllte. Frohe Hanne Am Februar Am Hamburg